Sooo... Okidoki... Ok... Jo... Ähm... Ich habe immer den Sound wieder ein bisschen angepasst Was einfach daran liegt, dass mir aufgefallen ist, dadurch dass das Mikrofon uns wieder ein bisschen weiter weg von mir liegt, bin ich natürlich leiser, weil ich mal in der vorigen Aufnahme die Musik lauter glättert als mich, oder mindestens genauso laut weswegen ich jetzt wieder das Spiel wieder ein bisschen leiser gemacht habe So... So ist jetzt also soweit Possen... Oha, das Level Na gut... Wow... Wow... Ich glaube, ich gebe da Beschuss... Ist das gut so? Wow... Was... Komm nur her, du Arsch! Wat the fuck? Wat the fuck? Meine Fresse. So, Alter. Ich glaube, irgendjemand mag mich hier nicht. Vielleicht mag sie mich aber auch einfach alle nicht. Vielleicht mag ich aber auch sie einfach nicht. Gut, siehst du erstmal sauber. Hier hoffentlich auch. Oder? Ja, nein, doch nichts. Oh Gott, da ist auch noch einer. Meine Fresse. Können wir nicht mal wirklich auf die Gefühle anderen nehmen? Danke. Und hier komme ich. Oha. Oha. Warum mache ich so viele? Einer würde doch reichen. Oder ein halber. 50 Gramm Mehl und ein halber, äh, ein halber, äh, ein halber, ein halber Lost Souls. Na komm mal her, du Arsch. Nicht rumtanzen, herkommen. Das ist doch nicht mein Workdance-Marathon. So, hier ist noch alles zu. Sehr schön. Und hier ist noch ein halber, äh, ein halber, ein halber, ein halber, ein halber, ein halber, ein halber. Pisser. 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 Verkackter Scheiß-Nerd. Oha. Ähm. Was? Am besten umbringen, bevor es Eier legt. So, zum Beispiel. Meine Fresse. Was geht denn hier ab, diese Unfreundlichkeit? Der Eger. Ich bin noch Kunde. Ich zahlte sogar in Bar. Scheint dir aber wenig zu interessieren. Oha. Hilfe. Bitte geht weg. Ich hab nicht die Absicht, die man sich verschont. Also, bleibt mir vom Leib. Ah, man sieht absolut gar nichts. Hatten wir schon letztes gemerkt gehabt, dass sie irgendwie nicht ganz so gut gelöst waren. Alter, ich hab mich gerade erschossen hier. Was? Abloch. Hallo. Ich will jetzt nicht alle hier so mit, äh, damit wegschießen. Verbraucht. Was? Zeig noch einer. Hä? Was? Von was ist denn die Tür gerade auf der? Oh, das ist nur 100 da. Heißt also, ich kann mindestens 50 hiervon verbrauchen. Können wir sogar reichen. Wo? Wer? Wie, wo? Was habt ihr gemütlich in der Hand? Yeah! Oh, hat genau gereicht. Gut. Dann, nein, ähm, da bitte. Dankeschön. Ich höre eine Spinne. Wow. Wow. Und hier los. Haha. Digga, hier kommt's ja wie beim Benzinbrand. Wow. Haha. Alter. Ich dachte, hier soll das Rauchen verboten. What the fuck? Leute, ihr raucht halt schon viel. Selbst für eure Marke. Wie viel ist denn das? Alter, man kann's doch übertreiben. Allerdings würde ich das einfach mit der Rakete fertig machen. Mach ich vielleicht doch. Oder so, wir sind hiermit. Ja, wo denn? Nummer 1, schon mal weg. Und Nummer 2 auch. Gut. Gar nicht mal so schlecht. Gar nicht mal so schlecht. So, dann gucke ich mir jetzt mal wie die anderen Wege ab. Ähm. Na, ach, komm. Fuck. Das sind nicht einfach alle sterben können. Aber das war gerade dumm von mir. Oh, ich hab nichts gewonnen dabei. Äh, das hat behindert. Äh, das hat behindert. Äh, ich hasse mich selbst. Da kommen wir nicht rein. Hier komme ich rein. Wir will es aber gar nicht. Oh, geht. Wow. Die Toilette ist her. Ach, die sind wir jetzt so. Habe ich diese Feuerdinge noch gar nicht? Na, gucken. Oh, nee. Ein bisschen kann ich noch mitnehmen. Ach, der ist verbrannt. Danke. Na, das ist halt das Problem, wenn wir diese Typen verbränen. Da bekommt man deren Waffen nicht mehr. Hier ist aber noch eine, danke. So, und hier ist auch noch eine, die nicht verbrannt ist. Gut. Hier haben wir doch... Achso. Traurig nicht. Können wir trotzdem merken. Gut. Äh, hier kommen wir wieder zurück, ne? Ja. Ja. Erkommt, reingehen wäre hier nicht so gesund. Also, reinfallenderweise. Reingehen. So, hier sind wir aufgekommen. Ja, Berserker verbrauchen wir noch nicht. Gut. Hier ist auch alles geschaffen. Munition. Okay, gut. Was wir jetzt brauchen, ist das hier. Da können wir noch ein bisschen was mitnehmen. Von daher gehen wir nochmal hoch. Hier unten sind wir soweit fertig. Mit der Welt. So, hier war noch was. Genau. Gut. Und dann gehen wir jetzt mal hier weiter. Hier war ja wieder die eine Falle. Wo sich diese beiden Seiten öffnen. Kennen wir ja alles. Äh, oh. Oh, hier oben noch ein bisschen was. Danke. Woa. Ähm. Nehmen wir mal das hier. Ich wüsste nur gern, wann diese beiden Seiten hier aufgehen. Alter, dieser Framework schon wieder. Ist ja... Ah, er schlägt halt recht. Aha. Kacko-Demon. Die finde ich ganz schön kacken. Kacko, diese Demon. Komm her. Komm rein. Trau dich. Ich trau diesen Wänden nicht. Scheiße, wenn man doch oft wartet, dass die Dinger irgendwann aufgehen. Autsch. Oh, Mann, Alter. Nein, immer noch nicht. Jetzt so. Auch nicht. Alter, das gibt's doch ja nicht. Gut. Nein, nicht heute nicht. Genau. Aber. Was ist denn da hinten? Fuck, voll getroffen, Alter. So eine Scheiß aber auch. Oh, kommt her. Geht doch. Ah, nicht mal mehr 100 liegen. So, hier hinten waren auch ein paar etwas stärkere. Oh, so nicht geht's. What? Junge. Oh. Alter, lass ich noch mal ran hier. Ach Gott. So, bin ich jetzt schon wieder. Ach so. Halt die Richtung. Da. Ach Gott, Herr Jemine. Gut. Also, lass mal hier reingehen. So, guck mal, wie der Kaku. Kaku-Team ist da. Ähm. Was? Wieso, er hat denn hier Hilfe? Ach, Mann. Ach so, da war jetzt, äh, ja, weil jetzt wahrscheinlich die mal wenn aufgegangen sind. Da hat er gar nicht gut. Also, erstmal gucken, wo der Kaku-Team ist. Da. Na, komm her. Die holen sich jetzt schon auf oder noch nicht? Oh, Alter. Och, komm doch. Das ist doch nicht mehr normal hier. Oh, Alter. Meine Fresse. Nein, nein, nicht runterfallen. Meine Fresse hat mir Ruhe. Oh, Alter. Oh, Mann. Ich sagte nicht runterfallen. Du kleiner Kanacke. Oh, wir haben nicht gespeichert. Alter, ich. Äh, Alter, also langsam. Los, angraben. Mach hinne. Komm her. So. So, hier. Oh, meinst du, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. aber ja noch einer müssten drei gewesen sein ja ich habe mir sicherlich von aus der richtung 3 kommen werden habe ich gar nicht darauf fördert ob es überhaupt gelohnt hat aber das auch noch einmal sag ich doch sind drei alter jetzt reicht mir einfach so ein kleiner humbo wieso sieht er mich eigentlich ich dachte ich bin unsichtbar jetzt für diese pinke scheinbar gar nicht sie mich immer hier danke aber wir haben die blaue schlüsselkarte mit der blauen können wir ja wo eigentlich da warum müssen wir auf startpunkt hier war das startpunkt ach ja stimmt da waren ja diese komischen zwei abwege diese zwei werde wurde herrlich überhaupt der ausgang wo komme ich daraus hier kommt drauf und voraus zwar ein bisschen unkonventionell unkonventionell aber gut wenn er halt den angeht so jetzt bin ich hier und jetzt muss ich nach rechts ja noch was was ich gebrauchen kann ich glaube eine packung könnte ich noch gebrauchen na gut andererseits kriege ich ja jetzt glaube ich noch ein bisschen munition gut wow Was ist das mit mir? Soll ich Gott irgendwas sagen? Oha! Komm her! Komm her! Schaschle-Kiez! So, gucken wir mal auf die andere Seite. Hier geht es gar nicht. Ach ja, da kam ja die Gegner raus. Hier ist auch wieder so eine Scheißfalle. What the fuck? Kommt da jemand? Ja, da ist jemand. Woha! Was gab es denn hier? So, hier waren wieder zwei Gegner um die Ecke. Ich meine, ich meine zwei ernsthafte Gegner, aber gut. Ähm, nein, das löte ich nicht. Gut, dann gehen wir jetzt mal in die andere Richtung. Und bei der anderen Richtung war, glaube ich, die Kirschenkapelle. Äh, hier ist nicht falsch. Was? Oh! Ja, gut. Vielleicht kann ich die hier schon mal aufeinander hetzen. Wow. Äh, ich gern wissen. Ich gern wissen einfach. Lieg ich sie nicht zurück? Hier lang? Ja, doch. Sieht so aus. So, also da vorne liegen Raketen. Können wir also auch Raketen benutzen. Ich weiß grad gar nicht mehr, was hier direkt auf dem Torf zukommt. Ich glaube, wenn man hier direkt geht, ne? Ja! Ja! Wow! Stocker-Time hier. Alter! Ich war ja schon armselig gerade. Alle weg? Nee. Der Kack-Arsch ist immer noch da. Ah, das hat halt eine schöne Verschwendung. Das ist doch mal her. Komm, wie ein Mann? Äh. Alter. Ich wüsste einen Arsch, weißt du das? Na gut. Dann. Klassisch. Ähm. Nimm ich dich? Ja. Wenn du ferne Entrufe machst, mache ich auch ferne Entrufe. Was du kannst, das liegt nämlich schon lange. Bitch. Nur zu treffen kann ich nicht. Werfst du mal stehen? Meine Fresse, so unzivilisiert. Stehen bleiben. Hier spricht die Polizei. Ich werde es vielleicht mal versuchen, auf den Kopf zu treffen. Wer ist das schon weg? Oh, er ist weg. Ha! Besiegt diese Pussy. So, jetzt muss ich schnell zur Bühne mir das Ding holen, mit dem wieder rausrennen, wo er nämlich bei den beiden Türen da und da auch wieder gegenseitig sind. So viele Gegner auf einem Fleck halt, das kann ja nicht gesund sein. Hä? Äh, ach da. Hier Hannibal! Äh, ich will ja noch auf eine Stelle locken. Irgendwie. Äh. So wollte ich das jetzt eigentlich nicht unbedingt. Ich kann mich so hinverdämmen. Ja, aber auch nicht. Wah! Ich dachte, hier waren auch noch Hellknights-Tonne. Irgendwie will ich mich da doch ein bisschen verschätzen. Ich dachte, hier wären nur noch ein paar stärkere Gegner-Tonne gewesen. Na gut. Man kann halt nicht immer alles haben. Weg hier. So. Jetzt haben wir... Was haben wir jetzt gerade hier bekommen eigentlich? Gar nichts, oder? Ah, sehr nett. So, jetzt müsst ihr euch aufpassen. Hier ist jetzt gerade die Falle aktiv geworden. Genau. Wow. Alter, wo ist denn hier? Gott. Jesus Christus. Durfte ich sagen, weil ich war gerade hier im Kirchengebäude. So, kann ich gleich nochmal rein ins Kirchengebäude? Mit Munition holen? Ach, komm jetzt her hier. Meine Fresse. Genau, 20. Na, wenn das nicht perfekt war, weiß ich auch nicht. So. Danke, danke. Gut. Was kriege ich jetzt hier von eigentlich? Ich habe hier von gar nichts von den Bäumen, oder? Behindert. Ich dachte, ich kriege hier diesen blauen, äh, roten Skulp, oder was? Wo muss ich denn mit dem blauen Ding hin? Ich musste hier rein. Das war für die Kirchenkapelle. Also, was hat mir das gebracht? Hm. Hat der Schalter noch irgendwas anderes gemacht? Guck mal ganz kurz, ob jetzt der Raum ist, wie wir in den roten Schlüssel herbekommen. Äh, also ob der jetzt offen ist, meinte ich. Ah, ja, der ist offen. Okay. Dann macht das Ganze soweit Sinn. So, hier muss man auch wieder aufpassen. Ich lasse mir laufen. Ah, kommt ruhig alle her. Der ist genug für alle da. Ah, ihr Bitches. Fuck. Man kann. Junge, Junge, Junge. Diese Unschuldung reißen. Wenn ich sage, hier ist Feierabend, dann ist hier Feierabend. Was? Was? Da. Bitch. Sand, zack, für Pistolen. Gut. Also, das haben wir auch die rote. Mit der roten können wir jetzt soweit im Ziel laufen, oder? Ja. Ähm, genau. Das tut doch weh, Leute, ich könnte auch nicht machen. Ohne diese Pyromane hier. Boah, fuck. Auf. Auf. Alter, wie viele sind denn davon? Meine Fresse. Ohne, wir haben nicht gespeichert. Okay, gut. Ist nur zu blöd. Dann gehen wir doch den anderen Weg lang. Den hier. Und machen es hier rum. Ähm, okay. Ist auch nicht sicherer. Wow, stockert doch nicht so. Autsch. Alter, bekommt der hier viel Geräusche. Ah, genau. Boah, alter. Du bleibst doch mal stehen, ja. Hallo, Rick. Außer, der die ganze ZZ rumgequickt hat. Oh, komm her. Du misstgeburtige Misstgeburt. Shit. Goddamit. So, jetzt holen wir mal hier die ganze Munition, die noch überall rumliegt. Wo auch immer die rumliegt. Danke. 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 Gut. Und dann... gehen wir jetzt mal den offiziellen Weg und gucken, ob da noch welche sind. Die dürften nämlich noch. Danke, stopp. Wir haben also immer noch drei vor uns. Na, super. Nummer eins besiegt. Nummer zwei besiegt. Und alle besiegt. Sehr geil. Gut. Dann suchen wir uns jetzt die rechtliche Schiss-Munition. Dankeschön. Danke. Ab in die Kapelle. Hoffentlich nicht mal das Ding auch Kapelle. Nichts jetzt jungen Drecklauber. Der Ecke ist ein Stimmt. Ähm, okay. Das gibt es scheinbar nicht mehr. Ach ja, stimmt. Der Ecke macht da noch was. Gut. Okay. Äh, nein. Das wollte ich nicht. Das wollte ich. Dankeschön. Gut. Dann holen wir uns jetzt mal die blaue Rüstung. Ach, hier ist ja noch was. Ja, nice. Wo auch immer die blaue Rüstung jetzt war. Ähm, ich bin halt hier. Hier bin ich richtig. Oder? Ja. Ähm. Nur wie komme ich hier rein? Kann ich hier rein? War die ein Schalter? Nee, ne? Wäre auch zu einfach gewesen. Hm. Hier war auch nichts. Hier auch nichts. Halt, hier kommt ja alle an diese verkackte blaue Rüstung ran. Da muss doch irgendeinen Weg rein gehen. Ah. Ach so, ich bin jetzt auch wieder hier. Und jetzt sind wir auch wieder hier. Wow. Ich bin der KF-Sack. Wenn ich nur wüsste, wie ich da reinkomme. Hier leuchtet auch was. Ach so, das war hier mit dieser komischen... Ja. Mit dem Ding war das. Da brauche ich aber nicht hin. Das brauchen wir nicht. Gut. Dann gehen wir nochmal nach raus. Äh, hier ging das? Genau. So, hier waren wir bereits drinne, ne? Ja. Genau, das waren die Gräule. Hier war auch kein Schalter. Nö. Kein Schalter zu sehen. Hier war auch nichts. Gott, wie kommen wir denn an die blaue Rüstung ran? Das gibt's doch gar nicht. Bei uns muss es doch geben. Kann man da rüberspringen? Ja, kann man. Bringt aber nichts. Ich weiß auch nicht, warum ich da hinkomme. Ach, Mann, Alter, ich hätte gern die blaue Rüstung. Na gut. Wieder altes Spiel. Also das eigentliche Spelz war soweit so gut fertig, soweit ich weiß. Oh, da kommt noch was. Weiß ich gar nicht, kommt noch was. Ein bisschen was kam da, glaube ich, noch. Ach, Mann, Alter. Ich glaube, sie mit der blauen Rüstung kann ich vergessen. Da komme ich nicht mehr an. Ach, ja. Hier kam noch was. Wow. Aber was kam hier? Oh. Ein klein bisschen Action kam hier. Äh, ja genau, Mockerle sind natürlich fertig. Ähm. Machen sich gar nicht wieder fertig fertig. Was ist denn da los? Oh, Alter. Oh, da wird mich der Netz schon wieder gelandet. Ach so. Äh, wow. Gut, nein, hier wollte ich nicht schon. Kann ich mich schnell zurück? Ja. Da. Ah, wisst du, wird das doch auch ein Schalter. Vielleicht hat der wird geöffnet jetzt. Da fährt ich super reizend. Und super affentierten. Ah, na geht doch. Und ich habe mich letztens noch gewundert, wie viel der Schalter war. Gut. Abgesehen von einer eventuell noch vorhandenen, seiner blauen Perle, bin ich eigentlich glücklich. So, die kann. Hä, sind die jetzt? Ach so, die kommen. Bitte durchbrechen die, ne? Der geht nicht. Ähm. Lappen, die alle rühe. Puck. Rühe. Bitch, please. Ah, jetzt ist die noch offen. Und hier gibt es keine Munition mehr. Doch, die gibt es noch. Hm. Hier gibt es auch noch ein bisschen was. Wie wäre es noch mit dem Shellpack? Bei der ganzen Munition, die ich schon wieder verbraten habe. Schade, ich dachte, hier ist ein Secret wohl hier. Kannte es. Ist aber nur schlecht designt von den Level-Designern. Ihr Bitches. Na gut, okay. Wir haben immerhin ordentlich wieder Rüstung. Äh, wieder ordentlich Rüstung. Oder ordentlich wieder... Was? Egal. Wir bleiben mal mit dem wieder ordentlich Rüstung. Macht kramatisch am meisten Sinn. Gut. Soviel erstmal dazu. Tschau mit V.